Wir sind auch auf Zoom hier, ne auf 3K, die ist ziemlich rot. Ja und? Fick dich, Fotze. Mach ich auch schon. Das ist glaube ich dir das Wort. Alba bitte pipi kacka. Hat jemand Lust mit mir, irgendwie intim zu werden? Hat jemand Lust mit mir intim zu werden? Ja, ist die Erdung irgendwo. Premium, ja, wer noch? Smoky? Die ist sowieso Mäuschen, die ist sowieso. Wollen wir uns halt runterholen zusammen hier? Ja klar, ich fang glän von dir. Lass mal meine Zuflucht gehen. Auf Meme Channel. Ja, bei mir ist aus, leider ist sie hier weg, ne. Aber ich kann ja nochmal schreiben. Seid ihr alle auf Ewige? Ja, Schatzi. Komm zu mir, mach nur Supply Info. Ja, wir machen nicht nur Supply Info. Ach Mia, stell dich nicht so an. Wenn sie wüsste, wenn sie wüsste, die Alte. Hier, legen wir ein Statikpelt hin. Wenn ich später mal einen Sohn haben sollte, soll er genauso wie Florana sein. Ach, bitte ne. Aber wenn du mal einen Sohn haben solltest, kannst du ihm die Videos zeigen. Auf YouTube, damit er genauso mehr wie Florana. Ja, man. Du kannst ihm die Videos zeigen, damit er sich nicht schämen muss, wenn er abgefuckt ist. Weil sein Vater genauso war. Das ist das Wichtigste daran. Keine Sorge, mein Sohn. Ich war genauso krank wie du. Es ist alles gut. Ich war viel behinderter als du. Genau. Ich war viel behinderter. Du nennst dich krank? Willst du mal gucken, wie ich war damals? Hör zu und lerne. Ja genau, so und lerne. Du kleiner Hurensohn, sagst du dann, Ziem. Ja genau. Du Hurensohn. Deine Eltern sind Geschwister. Genau, genau. Einfach zu dir so. Blöde Fotze. Ich zeig dir mal, wie das geht. Ja genau. Jungen gehen. Hat da kein Z, Alter. Du sagst zu deinem Sohn, ey, fick deine Mutter. Du Hurensohn. Deine Eltern sind Geschwister. Fick deine Mutter, Junge. Du kommst zu deinem Sohn und sagst, Alter, ich hab deine Mutter gefickt. Als Vater. Ja, er kommt aber gut. So, nur noch am Rechts. Doch, der Sohn, der wenn es sonst fährt, dann macht. Wisst ihr, Leute, ich habe mir gerade ein Ziel in meinem Leben gesetzt. Ja, bitte. Ich werde genau diesen Satz zu meinem Sohn sagen. Denn ich hab meine Mutter gefickt. Ja, ja, Mann. Das käme so geil, glaube ich. Aber erst, wenn er über 12 ist, bitte. Und erst nach 22 Uhr. Ja, natürlich. Das ist wichtig. So, weißt du, warum du heute länger aufbleiben darfst? Weil du sagst, weil du das nicht so gefickt hast, Junge. Du kleiner Wichser. Du sollst have to channel. So eine Potze.